Cool Turbine Läffle Okay, ist gut, ist gut Obstack lols, jawohl Okay, wir können längst versuchen drüber zu springen Vorausgesetzt das Ding Hängt nicht auf dem Boden Ähm Ich frage natürlich was schnelles Probieren wir erstmal einen Wedge Yeah Okay, das ist in der Sache Wo ist sein Kopf? Ernsthaft? Wo ist der Kopf? Holy smokes Okay, der Kopf müssen wir jetzt mal gucken, wohin fliegt Ich glaube nicht, dass der da dabei ist Ah, der Kopf ist hier liegen geblieben Ja, da ist der Kopf Damn Läffle Ist das die einzige Obstacle-Scheiße, die ich hier fabrizieren kann? Natürlich Natürlich Of course it is Dödem, dödem Äh, Shrieken Das könnte nochmal geiles Smash geben Wenn ich Glück hab Okay, Timing is everything Hm Weiß aber auch nicht Nicht so gut Das geht besser Wohoho, ich dachte, ich hätte es geschafft Oh, okay Bam Um, du Kopf Also das Ding hat mich voll erwischt Das war jetzt irgendwie Eigentlich hätte ich gedacht, ich wäre durch gewesen Aber das gucken wir uns doch nochmal an Er hat es so eigentlich geschafft Bam Wow Das war echt heavy Nice Äh Jetzt nehmen wir was, was sich komplett zerlegen lässt Ja, ich glaube Boogie Bus wäre schon mal eine Maßnahme Vorausgesetzt Er fliegt überhaupt so hoch Okay Der fährt noch Moment, das kriegen wir besser hin, oder? Ich mein Er gibt immer noch Gas Harm Ah, ist knapp War fast ein neuer Highscore gewesen Okay, Boogie Bus ist nicht der Reiser Dann Sagen wir mal was Schnelleres benutzen Äh P-P-P-P-Dorian Dorian Go don't lay Dorian Back to die Eigentlich müssen wir ja versuchen Wirklich durchzuspringen Ohne erwischt zu werden Hm, das war gerade mal die Hälfte Komm, du kannst es Oh, toll Ich dachte, es gibt jetzt voll The Crash The Hope ist sogar noch ganz. The hell? Okay, Laidorian bringt's nicht, der ist zu fett anscheinend. Thumblore. Wo ist das Ding? Ernsthaft? Wo ist es? Okay. Gut, auch zu langsam. Mit der Shuriken oder mit dem Squealor können wir's durchschaffen. Theoretisch. Mit dem Squealer vielleicht eher nicht, aber mit dem Shuriken sehr wahrscheinlich. What the fuck was das? Was war das? Der kam ja nicht mal da vorne an. Bobbel. Der Arsch liegt noch drin. Okay, da müssen wir nochmal gucken. Das kann ja wohl nicht. euer verdammter Ernst gewesen sein gerade. What was that? Slow-mo. Pah, der ist mit dem Hinterräder der gebliebt. Ah, Bermond. Nice. Okay, das sieht lustig aus. Das ist die Todesszene. Und tschüss. Pam, ah, es hat ihn aber nicht direkt erwischt. Nur das Ding zabbeldassiert. Okay, Squealer jetzt aber nochmal richtig. Squealer on this, piece of shit. Ja, 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 gut. Das zählt eigentlich fast schon. Obwohl es uns praktisch gesehen gar nicht treffen dürfte. Danke für dein Like. Wo ist das Teil denn schon wieder? Kommt nicht mehr. Oh, ja, bitte. Also wenn es das nicht bringt, dann weiß ich auch nicht. Erster Gang eingelegt, kein Gas gegeben. Gut, war auch ein Versehen. Squeal, Bandit. Boom. Mit dem richtigen Timing ist es auf jeden Fall machbar. Dadurch zu jumpen, ne? Sogar mit dem Bandit. Versuchen wir es doch mal mit dem hier. Unter dem Arsch weggehaue. Aber, der Kopf ist noch dran. Gut, andererseits. Shuriken. Es ist machbar. Es muss machbar sein. Okay, das war definitiv falsch getypt. Hat es ihm gerade die Beine abgerissen. Das sah ja mal lustig aus. Oh, sah vielversprechend aus. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich drüber gejumpt bin oder nicht, weil ich die falsche Perspektive anhatte. Schauen wir gleich mal. Äh, ja. Ein Stück rückwärts, bitte. Nicht so langsam. Doch, ich bin drüber gejumpt, ne? Obwohl, ah, wenn ich es recht betrachte, hier wäre es gewesen. da. Ja. Ja, doch, ich bin drüber gejumpt. Scheiße. Egal, zählt eigentlich, ja. Ich muss es doch noch mal mit dem probieren. Uh, also das war definitiv durchgejumpt. Awesome. Äh, mein Bein. Shut up, Hope. Come on. Ah, shit, ich brauche ein Replay. Komm schon. Verdammt. So, und dann. Wow. Alter. Uh, der hat es aber auch gerade, gerade am Bad erwischt. Es hat doch, es hat seinen Kopf erwischt, oder? So. Pam. Es hat seinen Kopf erwischt. Okay, aber das war extrem knapp. Leck mich fett. What? Uh, okay. Ja, das war gar nicht so schlecht. Er hat sich zwar was gebrochen, ja, Schädelbasisbruch, aber okay. Das war gar nicht so schlecht. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020